Hi, Michael hier von Endlich Jura. Für das Jahr 2024 hatte ich mir unter anderem vorgenommen, gezielt Inhalte zu Dingen zu produzieren, die Leute bei YouTube oder Google eintippen und zu denen es bislang keine Videos von mir gibt oder auch keine Blogposts oder Podcasts. Und dazu zählt auch dieses hübsche Konzept mit dem sperrigen Namen Fremdbesitzer. Exzess zum Schadenzerz. Statt und neben der Leistung haben wir bereits ein Video gemacht. Das ist auch eines der Keywords gewesen, das ich extrem oft hier in den Analytics entdeckt habe. Heute soll es aber um den Fremdbesitzer-Exzess gehen. Und wir beginnen wie so oft mit einem tatsächlich einfachen Fall, dieses absoluten Problemfalls. Ja, und am Ende kannst du dein Wissen dann noch mit Hilfe eines kleinen Quiz testen. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Stell dir den folgenden Fall vor. E vermietet seine Wohnung vorübergehend an P. Allerdings leidet E, ohne dass ihm das bewusst wäre, unter einer bislang nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung, die ihn geschäftsunfähig im Sinne von 105.1 BGB macht. Während der Mietzeit verursacht P. erhebliche Schäden am Eigentum des E. Um dir einen klaren Überblick darüber zu geben, wie der Fremdbesitzer-Exzess funktioniert, schau dir am besten einmal die folgende Flowchart an, für den Fall, dass du bei YouTube schaust. Ansonsten werde ich sie kurz einmal für die Podcast-Hörerinnen und Hörer skizzieren. Ganz oben das auslösende Ereignis. Ein Schaden wird verursacht durch den Fremdbesitzer. Und dann stellst du dir zuallererst die Frage, bestand zum Zeitpunkt des Schadenseintritts eine Vindikationslage? Falls nein, ist das Ergebnis in jedem Falle, dass es kein Fremdbesitzer-Exzess ist. Lautet die Antwort ja, kommst du zur nächsten Frage, was ja das Prinzip einer Flowchart ist. Ist der Besitzer, ist der Fremdbesitzer gutgläubig, unverklagt und nicht berechtigt? Falls nein, kein Fremdbesitzer-Exzess. Falls ja, geht es weiter. Letzte Frage, hat der Fremdbesitzer die Grenzen, seines vermeintlichen Besitzrechts überschritten? Falls nein, handelt es sich nicht um einen Fremdbesitzer-Exzess. Falls ja, wird die Sperrwirkung durchbrochen. Das heißt, das, was von 993.1 BGB am Ende sonst gesperrt wäre, nämlich die Anwendung der 823 fortfolgende BGB, wird ausnahmsweise möglich gemacht. Wenn du bei YouTube schaust, behalte die Struktur der Flowchart im Hinterkopf oder mach dir im besten Fall sogar einen Screenshot, während wir jetzt im Folgenden tiefer in die Details des Fremdbesitzer-Exzesses reingehen. Grundsätzlich haben wir die Sperrwirkung, wie wir gerade schon gehört haben, gemäß 993.1 BGB am Ende. Da ist nämlich der Rückgriff auf die 823 fortfolgende BGB grundsätzlich gesperrt. Und zwar, wenn zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses eine Vindikationslage bestand. Wenn du mit dem Begriff Vindikationslage gerade nicht viel anfangen kannst, darunter versteht man das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und demjenigen Besitzer, der gerade nicht zum Besitz berechtigt ist. Ein EBV besteht auch dann, jedenfalls im herkömmlichen Gebrauch im Gesetz, wenn der Besitzer ein Recht zum Besitz hat. Das heißt, ich und mein Vermieter haben auch ein EBV, aber wir haben keine Vindikationslage. Die erste Ausnahme von dieser sogenannten Sperrwirkung stellt der deliktische Besitzer dar. Kannst du in 992 BGB mehr zu erfahren. Und die zweite ist der sogenannte Fremdbesitzer-Exzess, den wir uns jetzt genauer ansehen werden. Ein Fremdbesitzer-Exzess liegt dann vor, wenn der gutgläubige, unverklagte, nichtberechtigte Fremdbesitzer, das wäre in unserem Beispiel von eben der P, die Grenzen seines vermeintlichen Besitzrechts überschreitet. Und hier passiert das durch die Verursachung der Schäden am fremden Eigentum. Für den redlichen, unberechtigten Fremdbesitzer lässt sich dann im Wege einer teleologischen Reduktion die Sperrwirkung überwinden. Und es wird, wie du eben in der Floorchart gesehen oder zumindest mich hast darüber erzählen hören, dann die Anwendung, der Weg zur Anwendung der 823 fortfolgende BGB freigemacht. Also wir reduzieren 993.1 BGB am Ende, die Norm, die die Sperrwirkung regelt, teleologisch. Wenn du damit nichts anfangen kannst, ganz kurzer Crashkurs, teleologische Reduktion. Was macht man dabei? Die teleologische Reduktion ist eine Methode der Rechtsauslegung, bei der du den Anwendungsbereich einer Norm einschränkst, und zwar um den Sinn und Zweck, nämlich die Teleologie des Gesetzes besser zu verwirklichen. Eine Reduktion tritt immer dann ein, wenn die wörtliche Anwendung einer Norm zu Ergebnissen führen würde, die dem eigentlichen Ziel oder Zweck der Norm widersprechen. So ganz kurz jetzt hier am Rande zur teleologischen Reduktion. Wie wird diese Ausnahme von der Sperrwirkung beim Fremdbesitzerexzess denn begründet? Naja, würde das Besitzrecht, das sich der P in unserem Fall ausmalt, tatsächlich bestehen, hätte er eh aus den 823 fortfolgenden BGB haften müssen und er hätte mit dieser Haftung auch rechnen müssen. Für die Durchbrechung der Sperrwirkung spricht also der Umstand, dass ein gutgläubiger, unberechtigter Fremdbesitzer nicht besser stehen soll, als er im Falle des Bestehens seines Besitzrechts stehen würde. Wäre eh nicht unerkannt geisteskrank gewesen, könnte er P sogar aus den 280 BGB in Anspruch nehmen. Eine Haftungsprivilegierung nur wegen Nichtbestehens des vermeintlichen Besitzrechts ist mit den sachlichen nicht zu rechtfertigen. Das habe ich wieder in kurzer Zeit sehr viel gesagt. Wenn du bei YouTube schaust, siehst du hier schon die Einblendung. Du kannst dir das alles nochmal, da ist es schon hochgeladen, auf jura-basics.de anschauen. Und zwar nicht nur das, sondern alle meine schriftlichen Zusammenfassungen zu Newslettern, zu YouTube-Videos, zu Podcasts, die juristisches Fachwissen behandeln. Alles für dich kompakt dort aufbereitet, musst einmal nur deine E-Mail-Adresse angeben und dann bekommst du sofort den Download-Link zu dem Ordner mit allen Zusammenfassungen von mir zugeschickt. jura-basics.de ist die Adresse jura-basics.de. Erlaube mir noch zwei wissenswerte Fakten zum Fremdbesitzerexzess. Man kann auch in 992 BGB, schau dir den mal genauer an, einen Fall des Fremdbesitzerexzesses erkennen. Und die Lehre vom Fremdbesitzerexzess ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten nicht so berechtigten Besitzer. Das ist derjenige, der einen Exzess begeht, aber zum Fremdbesitz berechtigt ist. Also wenn du so willst, der Exzess des Berechtigten, nicht der Exzess des nicht berechtigten Fremdbesitzers. Der nicht so berechtigte Besitzer hat ein Besitzrecht und überschreitet lediglich dessen Grenzen. Hat ein Besitzrecht und überschreitet lediglich dessen Grenzen. Auf ihn finden die 987 ff. BGB keine Anwendung. Ist, glaube ich, heutzutage unumstritten. Da die Examswahrscheinlichkeit des Fremdbesitzerexzesses nur bei 1,4% liegt, das heißt, das kommt so alle zwei bis drei Jahre im Examen einmal vor, denke ich nicht, dass du das weiter vertiefen musst. Sollte das dennoch gewünscht sein, siehst du hier bei YouTube dann die Einblendung. Ansonsten lese ich es für Podcast-Hörerinnen und Hörer kurz vor. Das ist Lorenz Grundwissen Zivilrecht, das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, just 2013, 495, fortfolgende. Und jetzt geht's los mit den versprochenen Quizfragen zum Fremdbesitzerexzess, damit du dein Wissen von heute testen kannst. Frage 1 von 3. Was kennzeichnet einen Fremdbesitzerexzess? A. Der Besitzer verursacht wissentlich Schäden am Eigentum. B. Der Fremdbesitzer überschreitet die Grenzen seines vermeintlichen Besitzrechts in gutem Glauben und verursacht Schäden. C. Der Eigentümer verliert sein Besitzrecht aufgrund von Nachlässigkeit. Oder D. Der Fremdbesitzer ist im Besitz der Sache mit dem Wissen, dass er dazu nicht berechtigt ist. Frage 2. Welche Norm oder Normen kommen bei einem Fremdbesitzerexzess zur Anwendung, sodass die Sperrwirkung überwunden wird? A. 823 fortfolgende, B. 82 fortfolgende, C. 991 Absatz 2 BGB oder D. 987 fortfolgende BGB. Und die letzte Frage 3 von 3. Welche Voraussetzung ist nicht erforderlich für das Vorliegen eines Fremdbesitzerexzesses? Ist es A. Der Fremdbesitzer handelt im guten Glauben, B. Eine Vindikationslage bestand zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses, C. Dem Eigentümer muss die Sache abhandengekommen sein oder D. Der Fremdbesitzer ist nicht berechtigt im Besitz der Sache zu sein. Lass mich gerne in den Kommentaren, wenn du bei YouTube schaust, deine Antworten auf dieses kleine Quiz hören. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann über die Antworten in den Kommentaren austauschen könnten. Und wenn du von Zivilrecht nicht genug bekommen kannst und der Fremdbesitzerexzess hat dir nicht gereicht, dann schau dir hier, wenn du bei YouTube schaust, im Abspann noch einmal das Video an zum Schadensersatz statt und neben der Leistung. Oder, wenn du direkt bingen willst, eine passende Playlist rund um juristisches Fachwissen. Wir sprechen uns ganz bald hier wieder auf dem Kanal. Mach's gut, bis dahin. Ciao.